Kannst du mal bitte das Geschirr abwaschen? Okay, aber ich brauche dieses Ding. Den Schwamm? Hier ist ein Schwamm. Aber das Essen ist angebrannt. Ich brauche noch dieses Ding aus Metall. Ja klar, nimm den Topfreiniger. Und was mache ich mit Flaschen? Da brauchst du eine Flaschenbürste. Nimm diese Flaschenbürste. Gut, aber mit Wasser alleine geht es nicht weg. Das Spülmittel steht neben dir. Stimmt, aber ich brauche noch. Weißt du was, ich mache das selbst.